Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es rund um die Flotte und meine Pläne, was ich dort vorhabe. Nach endlich vier Jahren kommt die Flotte, die Flottenfunktion offiziell ins Spiel. Lang genug hat es gedauert. Ich habe mir natürlich schon langfristig dort Gedanken drüber gemacht, wie ich das dort handhaben möchte. Und das geht jetzt nicht, seitdem quasi die Funktion jetzt offiziell mit Datum angekündigt wurde, sondern quasi seit Beginn des Spiels, also schon fast über vier Jahre. Mein Plan ist es auf jeden Fall, einer bestehenden Flotte beizutreten. Ich kenne über die letzten vier Jahre natürlich schon viele Spieler und habe dort auch schon quasi eine Flotte gefunden, wo ich beitreten werde. Ich möchte mich dort natürlich fokussieren auf die Clan-Gefechte, wenn diese in Zukunft kommen sollten. Da habe ich persönlich richtig Bock zu. Und wenn man sowas natürlich selber aufbaut, ist es sehr, sehr viel Arbeit und Zeit, was ich nicht habe. Gerade wenn man dort wirklich konkurrenzfähig sein möchte, was Clan-Gefechte angeht. Daher werde ich dort einer bestehenden Flotte beitreten. Aber da ich sehr, sehr viele Anfragen bezüglich Flotten bekommen habe von euch im Discord oder auch hier in den YouTube-Kommentaren in vergangenen Videos, habe ich mir dort natürlich Gedanken drüber gemacht. Deshalb habe ich mich entschieden, auch eine eigene Community-Flotte quasi für uns zu gründen, dass man dort auf jeden Fall mit dem Hot-Fokus Spaß am Spiel mitmachen kann. Ich besitze ja einen zweiten World of Warships-Account. Daher ist es natürlich auch gar kein Problem, dort eine Flotte für die Community, für uns zu gründen. Die stellvertretende Flotte-Leitung wird mein Discord-Mod oder Junior-Mod, der Luke, übernehmen. Ich werde natürlich persönlich auch zur Verfügung stehen. Gerade wenn es um Tipps und Tricks und sowas geht, bin ich dort natürlich gerne hilfreich für Spieler, die dort bestimmte Fragen haben. Aber der Plan ist es auf jeden Fall, dort eher so ein bisschen im Hintergrund zu bleiben. Bei mir persönlich fehlt einfach auch die Zeit dafür. Und mal schauen, was wir dort mit der Community für eine Flotte aufbauen können. Es wird wie gesagt ein Spaß- oder Fun-Clan oder Flotte, wie man es auch nennen möchte. Und dort wird im Vordergrund auf jeden Fall der Spaß und die Aktivität ganz vorne stehen. Die Aufnahmebedingungen und auch die Regeln können sich natürlich über die Zeit etwas ändern. Aber für das Erste dachten wir uns, mindestens 250 Standard-Gefechte sollten gespielt sein. Denn sollte mindestens ein Stufe 5-Schiff vorhanden sein, was bei 250 Standard-Gefechten eigentlich ja fast unmöglich ist, nicht zu haben. Mindestalter, 16 Jahre, die Flottensprache ist soweit Deutsch. Und Spaß am Spiel sollte dort natürlich im Vordergrund liegen. Dann kommen wir doch direkt zu den Regeln. Dort ist eigentlich relativ eindeutig oder relativ klar, dass man sich natürlich benehmen sollte gegenüber anderer Personen in der Flotte. Aber allgemein auch die Gespräche positiv hält. Also dort auf jeden Fall keinen Stress macht, denn Naming und Shaming wird auf jeden Fall nicht geduldet. Und Aktivität im Discord und in den Sprachkanälen ist auf jeden Fall gewünscht. Keine Pflicht, dass man dort sehr aktiv ist. Aber das wird natürlich sehr gesehen, wenn man dort auch mit anderen Spielern in der Flotte spielt. Und zu guter Letzt auf jeden Fall sehr gute Ingame-Aktivität ist Pflicht. Dafür nehmen wir den Indikator Öl, der quasi für die Flotte verdient wird. Dort haben wir eigentlich eine relativ gute Übersicht, welcher Spieler sich einbringt und für die Flotte sozusagen Öl verdient. Und dort quasi die Gemeinschaft voranbringt. Falls ihr dort Interesse habt, das Ganze bezüglich Bewerbung für die Flotte läuft über meinem Discord-Server. Link findet ihr dort natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Für alle, die dort noch nicht dabei sind. Für alle, die auch kein Discord besitzen. Es ist ein kostenloses Programm, könnt ihr euch einfach übers Handy oder über den PC runterladen. Wie auch immer, um dort quasi dann über die Kanäle beizutreten. Und dort findet ihr dann den Kanal BOWS Community Flotte und dann den Unterkanal Bewerbung. Dort auch nochmal beschrieben, was vielleicht in der Bewerbung drin sein könnte. Welche Informationen, wie euer echter Name, euer Spielname und so weiter und so fort. Könnt ihr euch dort ja gerne mal nochmal durchlesen. Wie ihr sicher gemerkt habt, haben wir hier keine Pflicht von einer bestimmten Siegrate oder durchschnittliche Erfahrung. Wie gesagt, es handelt sich hier um einen Fun-Clan. Aber unter anderem werden natürlich Bewerbungen bevorzugt für Leute, die schon sehr lange zum Beispiel im Discord aktiv sind. Oder allgemein viele Kommentare schreiben. Dort einfach in der Community schon mit länger dabei sind. Aber ihr könnt natürlich trotzdem euch alle gerne bewerben. Anfangs wird die Flotte auf 20 Mitgliedern begrenzt sein. Deswegen ist es auch umso wichtiger, dass die Aktivität im Vordergrund steht. Gerade was dort das Ölverdienen angeht. Weil man benötigt sozusagen Öl, um die Flotte zu erweitern. Ob es um irgendwelche Bonis geht oder um die Clan-Erweiterung. Um dort auf maximal 40 Leute zu kommen. Ich kann es persönlich nicht wirklich einschätzen, ob dort vielleicht 5 oder 10 Leute daran interessiert sind, der Community-Flotte beizutreten. Oder ob es über 20 sind. Wenn es natürlich unter 20 sind, denn es ist halb so wild. Aber bei über 20 müssen wir auf jeden Fall schauen, dass dort dann diese auch aktiv sind und das Öl für die anderen Plätze freischalten. Öl verdient man in insgesamt 3 Gefechten pro Tag durch einen Sieg. Außerdem gibt es auch Öl, wenn man die Kisten einsammelt und dort ist ganz wichtig, nicht Kisten öffnet, sondern wirklich die Kisten denn bekommt. Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr quasi in einer Flotte sein, um eurer Flotte das Öl gut zu schreiben. Also das Öl wird nicht auf euren eigenen Account sein, sondern wird nur als pure Flotten-Ressource dienen. Der Plan ist es auf jeden Fall als erstes, die relativ günstigen Verbesserungen für den Clan bzw. Flotte freizuschalten. Dort kostet ja die erste Stufe nur 200 Öl. Dort können wir dann hier gewisse Sachen auf jeden Fall schon mal für jeden Spieler innerhalb der Flotte verbessern. Dass diese natürlich, welche für uns das Öl verdienen, dort schon direkt mit irgendwelchen Bonis vorankommen. Und je nach Bedarf, das werden wir dann natürlich über die Zeit sehen, wenn mehr wie 20 Leute aktiv in der Flotte sein möchten. Dann werden wir auf jeden Fall relativ zügig versuchen, die Flotte auf 25 Leute zu erweitern. Das ist aber wirklich relativ teuer. Das wird eine Zeit lang dauern. Aber da müssen wir halt einfach mal schauen, was die Zeit so bringt. Ich hoffe, dass wir natürlich den ein oder anderen für die Flotte begeistern konnten. Wie gesagt, Bewerbungen laufen dort über den Discord. Dort müsst ihr auf jeden Fall mindestens einmal die Discord-App kostenlos runterladen und dort quasi eure Bewerbung schreiben. Es ist wünschenswert natürlich, wenn die Discord-Aktivität dort auch standgehalten wird. Dass man dort regelmäßig aktiv ist, sich mit anderen Spielern in der Flotte verabredet zum Spielen. Das wäre natürlich sehr, sehr gerne gesehen. Aber auf jeden Fall nicht unbedingt Pflicht, aber auf jeden Fall für die Bewerbung notwendig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Auch wenn wir ein Fun-Clan sind, kann es natürlich sein, dass wir dort auch mit den Clan-Gefechten dort mitmachen werden. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, auch mit begrenzter Schusswahl dort vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Clan-Gefecht mitzuspielen. Also vom passiven Beobachter zum aktiven Mitspieler. Ja, das kann auf jeden Fall möglich sein, aber es hängt natürlich sehr davon ab, wie viele Leute man denn wirklich für diesen Modus, für die Clan-Gefechte bzw. Flotten-Gefechte begeistern kann. Da schauen wir einfach mal, was die Zukunft so bringt. Also, wer Interesse hat, schaut gerne auf dem Discord-Server vorbei, schreibt eure Bewerbung und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen dort sehen würde. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao, ciao.